Glaubt ihr, dass Santa Claus unbedingt weiß sein muss, dass er einen Rauschebart braucht, dass er voluminös sein muss? Denn das wurde noch nicht gefragt, ob er auch ein durchtrainierter, athletischer Santa Claus sein darf oder ob er tatsächlich wohlbeleibt und voluminös sein muss. Also Übergewichtigkeit in der heutigen Zeit ist ja auch nicht das, was dem aktuellen Kultkörper entspricht. Was denkt ihr darüber? Kann er weiß sein? Kann er schwul sein? Was ist eure Meinung? Würde mich interessieren, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar über Santa Claus. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Dann erfahrt ihr alles über die Schlagzeilen im Lebensraum Deutschland und die Geschichten, die sich dahinter vermitteln. Richtig, heute Abend Schuhe raus, morgen ist Santa Claus. Da ist sozusagen Nikolaustag oder wie man in Österreich sagt, Nikolo. Grund genug, sich mit dieser Figur ein wenig näher zu beschäftigen. Und da fängt es dann auch schon an. Denn womit beschäftigen wir uns dann wirklich? Mit Sankt Nikolaus, dem Türken aus Myra? Oder mit der Urlaubsvertretung vom Christkind, der dann doch mehr so gegen Ende des Monats zu Weihnachten auftaucht? Aber sei es drum. Wir einigen uns auf den weißen alten Mann mit Bart und rotem Kittel, der zugegebenermaßen erst seit 1931 so richtig populär wurde, als Coca-Cola ihn als Werbeikone entdeckt hat und seitdem zu ihrem Schlachtschiff, nein, zu ihrem Frontmann gemacht hat, rund um die Weihnachtszeit. Was genial ist, zugegebenermaßen, denn im Sommer ist ganz klar, ist eine koffeinhaltige Limonade ein ideales Erfrischungsgetränk. Aber wie vermarktet man so etwas im Winter? Da kam dann Santa Claus, der gestresste Workaholic vom Nordpol, ganz gelegen. Apropos Nordpol, habt ihr euch schon mal Gedanken drüber gemacht, dass der arme Bursche am Nordpol ja gar nicht auf einem Kontinent, sondern auf einer Eisscholle munter daher treibt und die Polkappe permanent am Schmelzen ist? Ja, das ist nicht lustig. Und auf der anderen Seite, ist euch schon mal aufgefallen? Man greift ja alte weiße Männer im Allgemeinen derzeit sehr stark an, außer Santa Claus. Der Bursche, der ein himmlisches Vergnügen daran hat, dass wildfremde Kinder bei ihm auf dem Schoß sitzen, wenn er ihnen Geschenke macht, ja, das ist okay. Apropos quere Welt oder queer, ja, da haben wir mal bei queer. Es gab vor einiger Zeit in Norwegen einen Werbespot der norwegischen Post, in dem wurde Santa Claus als schwuler Weihnachtsmann dargestellt. Nun hat das einen mittelprächtigen Skandal ausgelöst und eine Umfrage, und zwar in Großbritannien. Denn da gab es eine repräsentative Umfrage von YouGov. Die haben mal nachgefragt, könntet ihr euch denn tatsächlich vorstellen, dass unser Frontmann der Weihnachtszeit homosexuell ist? Und die Ergebnisse waren nicht wirklich überraschend. Denn die jüngeren Leute haben gesagt, jo, Daumen rauf, warum nicht? Mit zunehmendem Alter nahm dann die Skepsis zu. Aber, und das ist das Entscheidende, es wurde nicht nur gefragt, könntet ihr euch vorstellen, dass Santa homosexuell ist? Sondern es wurde auch gefragt, könntet ihr euch vorstellen, dass Santa eine Frau sei? Ja, und da sieht das ganz anders aus. Während man bei den Frauen noch Akzeptanz für einen schwulen Weihnachtsmann gehabt hat, war das auf einmal mit einem weiblichen, mit einer Santa Claudia nicht weit her. Denn das wurde unisono abgelehnt. Offensichtlich muss der Weihnachtsmann doch ein echter Kerl sein. So zumindestens die Ergebnisse der Umfrage, die unter 1714 repräsentativ ausgewählten Briten erfolgt ist. Genau genommen heißt es da, ein weiblichen Weihnachtsmann lehnt die britische Öffentlichkeit mehrheitlich ab. Für 54% ist eine weibliche Weihnachtsfrau inakzeptabel. Ja, und dann wurde auch noch gefragt, wie sieht denn das aus, wenn jetzt der Weihnachtsmann eben kein alter weißer Mann wäre, sondern ein alter schwarzer Mann oder ein alter Asiate oder eben auch ein Araber. Ja, auch da sind die Briten sich unisono einig. Und das ist interessant, weil gerade in Großbritannien haben wir ja einen sehr starken Anteil auch an Indern und an schwarzen Einwohnern. Aber da heißt es dann ganz klar, dass für alle übergreifend 80% damit einverstanden sind und gut damit sind. Santa Claus kann ruhig ein weißer sein, das akzeptieren wir. Offensichtlich ist keiner so scharf auf die Nachtschicht zwischen dem 5. und 6. Dezember und dem 24. und 25. Dezember. Und dann gab es da noch eine Entwicklung, die relativ spannend ist. Und zwar auch diese Tatsache, dass man mit dem weißen Weihnachtsmann einig geht, war auch ganz besonders stark ausgeprägt bei den anderen ethnischen Gruppen. Das ist schön, denn das zeigt ja, dass hier Figuren der Popkultur eine übergreifende, eine klassenübergreifende, eine gruppenübergreifende Akzeptanz genießen. Und in einem anderen Zusammenhang ist auch das noch weiter interessant, denn man hat im selben Zusammenhang auch mal verglichen mit einer Studie, die 2018 erstellt wurde. Und zwar wurde damals gefragt, im Zuge der Tatsache, dass man auf der Suche nach einem neuen James Bond war. Wie sieht denn das aus? Könntet ihr euch einen schwarzen James Bond vorstellen? Könntet ihr euch einen asiatischen James Bond vorstellen? Oder könntet ihr euch eine Frau als James Bond vorstellen? Und auch da gibt es ganz interessante Ergebnisse. Denn auch diese fiktive Figur, James Bond, die ja lange etabliert ist, über Jahrzehnte, ist über alle Ethnien hinweg durchaus akzeptabel, wenn es weiß ist. An einem schwarzen James Bond kann man noch etwas abgewinnen. Weniger akzeptiert ist es so, wenn wir über einen asiatischen James Bond nachdenken würden. Vielleicht liegt es auch daran, dass man sich schwierig vorstellen kann, wie zum Beispiel Jackie Chan als James Bond funktionieren könnte. Aber, was ganz klar ist, man lehnt eine weibliche Jamie Bond offensichtlich ab. Die Briten wollen, dass ihr Agent 007 mit der Lizenz zum Töten ein Kerl bleibt. Und was aber interessant ist, er dürfte durchaus homosexuell sein. Fassen wir also an dieser Stelle nochmal zusammen. Wenn ihr heute Abend eure Schuhe rausstellt, in der Hoffnung, dass Santa Claus euch, weil ihr brav wart, die Schuhe füllt und euch nicht die Rute ins Fenster stellt, dann würde mich interessieren, was sind so eure Gedanken dazu? Glaubt ihr, dass Santa Claus unbedingt weiß sein muss, dass er einen Rauschebart braucht, dass er voluminös sein muss? Denn das wurde noch nicht gefragt, ob er auch ein durchtrainierter, athletischer Santa Claus sein darf oder ob er tatsächlich wohlbeleibt und voluminös sein muss. Also Übergewichtigkeit in der heutigen Zeit ist ja auch nicht das, was dem aktuellen Kultkörper entspricht. Was denkt ihr darüber? Kann er weiß sein? Kann er schwul sein? Was ist eure Meinung? Würde mich interessieren. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Auch das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann abonnier jetzt diesen Kanal. Denn wir haben die Augen auf die gerichtet, die die Geschichte von Deutschland im Moment in ihren Händen haben. Wir haben das Ohr auf der Straße und den Finger am Puls der Zeit und zeigen klare Kante, wenn es darum geht, den Lebensraum Deutschland zu bewahren, zu erhalten und zu gestalten. Unser Interesse ist es für dich zu berichten. Deswegen hilf uns. Danke. Habitat. Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.